Gestatte mir eine wichtige Frage. Bist du ein richtig guter Investor? Vielleicht willst du wissen, welche zwei Dinge erfolgreiche Investoren vor allen Dingen ganz anders machen. Ich habe noch nie darüber gesprochen, aber ich habe mich viele Jahre darauf vorbereitet. Und jetzt habe ich ein zweistündiges Power-Seminar für dich darüber geschaffen, damit du erfährst, was die erfolgreichsten Investoren anders machen. Du erfährst auch, welches Investment ich dir im Moment empfehle, vor allen anderen. Dieses Power-Seminar ist gratis. Ich zeige dir genau, wie du in nur fünf Jahren von deinen Investments leben kannst. Selbst wenn du jetzt verschuldet bist oder bei Null bist. Klicke jetzt sofort auf den Button unter diesem Video und melde dich am besten jetzt sofort an. Wir können nur finanziell frei sein, wenn wir ein Investor sind. Zumindest können wir nur finanziell frei bleiben, wenn wir Investor sind. Kolumbus hat einmal eine Wette mit sehr klugen Leuten abgeschlossen. Er wollte seine Reise nach Indien finanzieren. Und er fragte sie, kannst du ein hartgekochtes Ei aufrecht hinstellen? Und sie haben es stundenlang probiert, dieses Ei hinzustellen. Vielleicht probierst du das auch mal. Du schaffst es nicht. Und als sie so ganz frustriert waren, hat Kolumbus gesagt, ich kann das. Ich kann das Ei auf den Tisch stellen, dass es aufrecht steht. Und wenn ich das schaffe, finanziert er mir dann meine Reise. Und die haben ja gesagt. Und dann hat Kolumbus das Ei einfach auf den Tisch gehauen. Erinnerst du dich an die Frage, die ich dir eben gestellt habe, kannst du investieren? Sodass du jeden Monat gute Einnahmen erzielst, Monat für Monat für Monat. Kannst du sagen, in fünf Jahren, in fünf Jahren ist es soweit, dann kann ich von meinen Investments leben. Für die meisten Menschen ist das so, als wollten sie ein Ei zum Stehen bringen. Was Kolumbus gemacht hat, ist etwas ganz anderes. So anders, wie alle erfolgreichen Investoren etwas ganz anders machen als die Masse. Sie kaufen keine Fonds, sie kaufen keine Aktien, sie kaufen keine ETFs. Jedenfalls nicht, um reich zu werden. Vielleicht willst du wissen, welche zwei Dinge erfolgreiche Investoren vor allen Dingen ganz anders machen. Klicke jetzt sofort auf den Button unter diesem Video und melde dich am besten jetzt sofort an.